Ein herzliches Willkommen zu einem Video von Hayden. In diesem Video gucken wir uns die Ostereier-Belohnung von Greggs neuer Osterfarm an. Die werden ja ab morgen hier spawnen. Fünf Ostereier insgesamt und jedes Osterei mit einer Belohnung. Ja, ich fange mal jetzt mal hinten an, nämlich bei dem fünften Osterei. Dieses Ei wird nämlich diese Dekoration hier beinhalten. Ich habe sie auch nochmal für euch hier so nochmal separat. Ich glaube hier kann man es ganz gut sehen, damit ihr sie nochmal hier ein bisschen größer seht. Ja, so sieht sie aus. Die wird im fünften Ei sein. Nein, der ganze Kalender wird vom 13. April bis zum 20. April gehen. Also genau eine Woche habt ihr dann Zeit, die fünf Belohnungen einzusammeln. Logischerweise jeden Tag eins. Das heißt, wenn ihr am 18. April, 19. April online geht, könnt ihr alle fünf auf einmal einsammeln. Ansonsten könnt ihr auch jeden Tag euch eine Belohnung holen. Ja, und am Montag wird dann das Video kommen, wo ich alle fünf Belohnungen auspacken werde. Das heißt, Montag 13 Uhr kommt dann das Video zu den Ostereiern, wie wir sie öffnen. Und zu den anderen vier Ostereiern kann ich sagen, das superste, dass ich noch nicht ganz sicher war, was sie da reinpacken werden. Die haben uns YouTuber gefragt, was sie haben wollen. Und wir haben Vorschläge gegeben wie Diamanten oder aber auch alte Deko. Da kann ich euch mal ein Bild reinschicken. Es könnten diese Belohnungen drin vorkommen. Also das ist für mich jetzt auch nur überraschend. Ich weiß es echt nicht. So sieht das aus. Diese Dekorationen könnten jetzt bei den vier Eiern dabei sein. Anders können natürlich auch noch Erweiterungen oder Gutscheine oder Booster halt auch noch drin sein. Schübe. Und ja. Aber ich denke mal, dass sie auf unseren Wunsch eingehen werden und auch alte Dekorationen wie auch Diamanten mal in die Eier packen werden. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, diesen springenden Hasen wäre natürlich top, wenn man den mal wieder sehen würde. Ja. Das war es so zu den Ostereiern. Ich hoffe, ihr sammelt die. Und es gibt auch noch Osterangebote. Wenn ihr die noch kaufen wollt, dann denkt dran, den Creator-Kotier einzugeben. So immer B. Danke an die, die das macht. Viele haben wahrscheinlich die Dekorationen, die ich hier eben schon eingeblendet habe, schon gesehen. Habe ich auch schon auf Instagram bei mir gepostet. In der Story. Und hat ja auch Haydee offiziell ja auch schon gepostet. Und ja. Das. So viel zu den Ostereiern. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit. Und ich hoffe, ihr kriegt gute Belohnungen daraus. Jetzt auch noch ein bisschen Level-Sache, wer was bekommt. Aber generell, wenn ihr ja hoch seid, bekommt ja jeder das Gleiche. In dem Sinne, wünsche euch einen schönen Tag. Wenn euch das gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, wenn ihr nichts verpassen wollt, was Haydee angeht, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo, da würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Und ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.